was geht leute wir musikliche video nach langer zeit ich hab mir mal gerade vor der ersten aufnahme wollte ich grad starten die runde hat noch nicht angefangen ich war grad verteidigung bin gerade als recruit reingekommen leute dann passiert die runde hat schon vor mir angefangen also ihr seht genau richtig leute ich hab 5600 an Kaplanwäsenrolle 102 level bin ich und wenn die neuen operatoren rauskommen die werden 25.000 wie immer eine kostenlöte die kommen bei rainbow Tom Clancy bei Ubisoft rainbow bis jetzt sind wir in drei monaten abstand raus also dieses jahr könnten wir uns auf wartet äh wartet es waren vier kommen raus also insgesamt acht stück freuen leute und die ersten glaube ich sind schon raus gekommen also das waren die lilanen nö dann geht es mit dem zeitplan ja auch nicht richtig aufhört hat die bahner war der auch runter da runter her das auf einer morgen schaut ja nicht ein level sind die 490 level sagt ja nichts anderes aber trotzdem 100 schaffe diesen Raum schaffe diesen Raum ich bin die Gegner haben den Bio-Gefahrgut-Gehälter lokalisiert hätte ich doch mal eine Lackierung aufgegriffen dann noch hier dann da jenen Lugelbüß äh konnte gar nicht spüren was ist oben ich bin weg weg da stimmt hier kommt man nicht drauf denn k und ab das das war Du wirst entdeckt, wenn du in dieser Zone bleibst. Du wurdest entdeckt. Ein Gegner verbleibt. Ich bin nicht gestorben, krass. Alles klar. Jetzt wartet der Gegner, der natürlich war der verblasen, der natürlich Dings war. Halte ich erwartet, als er so schießt. Halte ich erwartet. Also ich habe einen Cash of Clans Mauterbäcker gefunden. Musst du noch testen. Also ein Video dazu machen. Den Link noch drauf packen. Und alles andere dazu. Dann haben wir bald einen neuen Cash of Clans Server-OPK auf unserem Kanal. Und der Server ist fast immer on bis jetzt. Nach meinem Test war er bis jetzt immer on. Ich verlinke, zeige ich euch noch dazu noch das, was alles drin ist. Und dass man online gehen kann. Und alles andere zeige ich euch dann auch noch. Wenn ich bemerke, dass man irgendwann so als Server down ist, so für zwei Tage, drei Tage, so ein paar Wochen oder so. Und dann werde ich es auch nicht mehr drin lassen. Ja komm, lockt sich zu mir noch keine Hunde solle. Ich hasse meine Themen, die wissen, da ist eine Drohne, die Locken singen zu mir. Das sind einfach kacke. Einmal habe ich immer noch Lutzensleute gespielt. Das war unglaublich, fand ich. Fünf Leute spielen locker und es waren alles Franzosen. Ich habe gedacht, komm Mann, komm, spiele ernst. Das ist Franzosen, du wirst dann gegen Scheiß Franzosen verlieren. Und dann habe ich auch echt fett die fertig gemacht. Habe ich nicht aufgenommen, dass ich keinen Bock hatte. Ja, ist doch schon weg. Das reicht mir, das reicht mir. Lade neues Magazin. Streu sprengt das Einsatzbereit. Da versteht. Den Raum sichern und den Biobehälter schützen. Streu sprengt das Einsatzbereit. Streu sprengt das Einsatzbereit. Nur noch ein Gegner übrig. mal ein, gar nicht zu sein. grün. Der Biobehälter ist sicher. Ich hab gesagt, ihr kommt rein, ich hab gewinnt. Die Spiele kommen rein. Aber das ist ja immer drin, das habe ich jetzt auch erwartet. Ach, ja ... Das war ich jetzt auch erwartet. Deine Notte. Mir ist lang ruhig. Mh 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 Menschen Mh 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 Z Mh und in der leitung auch natürlich leute deswegen muss ich gar nicht auf den pingen aber kann ja mal sein kann man weg geht doch mal weg und spielen schwemmisch doch bitte nicht ein werden wenn du mich nicht einsperren nicht st während des Angriffs aufzuspüren noch ein Ziel all die nicht die nicht wenn er jetzt schießt bin ich den Stimmungsformen aber doch fett ja 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 wie die Gündung Kla mit Kerstin schon sehen nun nicht der Typ natürlich nicht und klar eine markiert man ein kann nicht sein ist was für einen im das im hintergrund gehört kratz war die motorbiker die ich gestopfte die gleich royal natürlich gleich auf kleines arbeit aber der server will gar nicht gerade mal wieder mal wie lange jetzt down bleibt wenn er länger down bleibt dann suche ich 9 Clash of Clash of Clash Royals Server der Clash Royals Server habe ich auch alle nur die Sache ist die der ist auch noch wieder da und ich will wie letzt man damals und dieses mal kann ich sagen dass die von damals also vom alten Hersteller f hat die Server eingestellt also es gibt keinen generellen Server mehr von ihm ich habe und ich habe guckt seine Verwunderung daumen die Verhalten also die nur halten ich glaube ich noch 9 weit und ich habe die Algen sind jetzt alle im Gesamtraum schon guckt vor allem von mir die ganzen Server von ihm sind daumen Ich komm mal in den Weg und ich springe nicht um alle. Spreinladung angebracht. Die Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Ah, den hab ich nicht erwischt, ne? Das kann ich mir grad selber nicht erklären. Krass. Vielleicht schaffen wir noch ne Runde. Oha. Hm, kalt schmeckt geil, ne? Weißt du, was immer noch dauern? Bis jetzt vor ich, also, das Video hochladen wollte, aber ich wollte schon mal ne Testphase einleiten. Gucken, dass jetzt aber auch fast jemand down sind. Bis jetzt waren sie fast 100 down heute. Danke. Danach nicht mehr. Okay, dann gehen wir mal noch ne Runde, können wir schauen. rein. Oder das reicht, Leute? Das reicht. Oder wenn diese Runde besser ist, dann nehmen wir die hier. zwei honour Adam, wenn sie das reinigen können. Au Shoulders. Und das auch nicht in den Build-A-Tout tun. ok so wieder da sind nur schade aber dass ich nicht gut bin, deswegen ist es ein bisschen schade ich bin nicht so perfekt wenn ich bis jetzt so ja ich guck mal ob die so viele da sind mal hinten ja ganz klar Popcorn ja da kommt der Typ der gemessert alles klar ja ja schon ein bisschen los geht da belebt sich wieder und die Versuchung zu messern einfach mal und nicht durch Leute gefallen das was